Gestern habe ich euch gefragt, ob ihr mir Fragen stellen könnt, die ich dann in mein nächstes Video nehme. Und ganz ehrlich, was seid ihr für kranke Bastarde? Sollten wir Angst vor der Sweat Police haben? Äh, ja, solltet ihr. Pfirsich- oder Zitroneneistee? Eistee ist absolut ekelhaft. Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Ich glaube, dieses Video sollte eure Frage beantworten. Nur mit dem Messer schön in die Butter rein. Die Butter dann auf das Toast schmieren. Bist du mit Noam zusammen? Wo wohnst du? Ja, natürlich, ich sag dir meine Adresse, damit du mich aufspülen kannst und mir von hinten in den Kopf schießen kannst. Hast du Haare? Ich glaube nicht. Ist Noam dein Sklave? Kein Kommentar. Hast du Noam entführt? Kein Kommentar. Kannst du mal was mit Elon Musk machen, bitte? Okay, mach diese Stresskamera aus. Passt auf, wir schauen jetzt einfach nach, wie viele von meinen Zuschauern weiblich sind. Okay, seid ihr bereit? Wir hacken uns rein. Das Halloween-Update ist rausgekommen. Also erst wechseln wir diesen ekelhaften Skin. Ähm, ich muss zugeben, ich habe schon ein paar Runden gespielt. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, geil, ich habe keine Waffe. Ah! Okay, unter mir ist wer. Oh mein Gott! Wow! Ah! Nein, 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 nein Was soll ich mit drei Besen anfangen? Why are you running? Uhm, yeah, so viel dazu. Oh my god, das ist LMG. Nein, tschüss. Ah! Ah, oh mein, ah, meint mal, stimmt, ich kann ja weiterspielen, oh, ja, let's go, wir werden als Geist gewinnen, Rache, tschüss, ah, ha, 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 man, I'm dead, Miras? What the? No. What the? Untertitelung des ZDF, 2020